demon versus skillet ton Demon vs. Skeleton Ja So, wir müssen noch ein paar Schlangen noch dazu machen Und ein paar Krokodile Und dann packe ich noch ein paar Büffel hin Ein paar Rhinocerosse Die alle voll durchdrehen Affen, die mit Steinen schmeißen Pfff Ja, schon, da mache ich auch noch Bären rein Ich mache jetzt alles zusammen, dass die sich gegenseitig alle voll an Greifen, die rasten jetzt gerade voll aus Und der Eisturm Neben Feuerturm Feuer gegen Eis kämpft er jetzt Und Banditen Die sprengen einfach gerne Sachen weg Unter böse, unter weiße Magier Und dann machen wir halt auch noch einen Totenbeschwörer Ein, zwei Stück Pest Doktor Ach komm, können wir alles reich reinpacken Was geht denn dann? Okay, 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 okay Okay, okay Die Pinguine, die werden helfen Nein, der Rattenkönig vielleicht Oder eine süße Katze Kühe Würfe Paillé noch mit reinpacken Also ich pack noch ein paar Büffel mit rein Und paar Risse und Zorosse Und Affen Wirklich viele Affen Und dann